Ich glaub's ja immer noch nicht. Ich habe Brainiac ausgeschaltet. Echt jetzt? Aber Batman topte das sogar noch. Er wollte mich in der Justice League. Keine Ahnung, ob er verrückt ist, aber wer sagt schon nein zu ihm? Ich meine, gut sein ist ja schon gut. Aber manchmal, hin und wieder, habe ich diesen unwiderstehlichen Drang einfach zuzuschlagen. Aber vielleicht bleibe ich ja wirklich gut. Bis ich mir sicher bin, wird meine kleine Lucy mich nur als ihre irre Tante Harleen kennen. Vielleicht werde ich ihr ja irgendwann alles erzählen.